Du musst die Musik für dich auch machen. Ich zeig dir warum. So und dann mach mal die hier noch. Die hier noch. Die kannst du dann auch machen. Die kannst du dann auch machen. Dabei musst du dir ein bisschen helfen bei der hier. Dabei helfe ich dir ein bisschen. Seid ihr nachher warum? So. Okay. So. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Gut. Ah die sind ja auf den Gondeln. Da hab ich recht. Genau. Und da ist sehr viel Wind. Das musst du mit berechnen. Oh. Und deshalb kann die Landung gar nicht mehr noch neben gehen. Der wird bedroht. Der ist ein Freund. Der wird bedroht? Ja. Der ist der König sozusagen. Der Chef von der Firma. Die bedrohen den. Wir müssen die drei umbringen. Den mach ich für dich auf als hier nicht so was. Und die drei müssen also gestoppt werden bevor die dann die Pakete haben. Nein die müssen gestoppt werden bevor die dann die Pakete haben. Nein die müssen gestoppt werden bevor der eine umgestorben ist. Ah. Wenn der umgestorben ist und wir überleben haben wir trotzdem verloren. Ah. So. Und wir sind sozusagen die Verteidigung. Ja. Wie ein Krieg. And he's gone for the box. So. And he's gone for the box. Wir haben 0,1 Wind. Das heißt ich nehme mir schon mal einen schweren vor. Are you sure you don't want to go back? Ne. Ich will schon wem ich vor mir nehme. Der nicht. Der ist einfach. Der einfachste im Spiel. Wir müssen den König schützen. Das ist vollenermaßen. So. And he's gone for the box. So. And he's gone for the box. Now how you're going to go back? So. Müsst du die mich gebaut. Oder? Dann Granate werfen. Nein nicht. Nein nicht. Nein nicht Dings. Yes. The clock's ticking. Na jetzt hab ich verkackt. Das muss ich mich verstecken. Oh weh. Ach der der bis dran. Na gut. Brauchst du auch nie wegrabbeln alter. So du längst du mehr an der Falle rennen. Au. Wie dumm ist der. Der unten. Erstens ist er dumm weil da unten kein Wasser ist. Ja. Die küssen ist falsch an. Mehr aber auch nicht. Ja. Na toll jetzt hat er. Okay jetzt hat er ein bisschen zugeworden. Aber das gute ist wer immer auf den Sicht fällt. Ja. Ein Gewehr. Zum Beispiel. Ein Gewehr. Das machen wir nicht. Hat er natürlich einen Vorteil schafft der Arschloch ey. 48 Sekunden mit deinen komischen dedo schwingen es da. Ja. Dedo schwingen es stein vor die Fresse oder was. Das hat gleiche mal vergessen Freund. Das hat gleiche vergessen. Du gehst zu Hörschen. Hallo. Guten Tag. Pisser. So. Verteidigung geglückt. Ja. Der hatte jungen gemacht. Der hat sich nicht weggebracht. Der hat sich nicht weggebracht. Also würde die durchsprengen. Ja. Und der ganze Turm ist weg. Guck mal. Der Turm ist weg ja. Sag mal sind die ein bisschen behindert. Splitterbombe ist so eine scheiß Waffe alter. Würden die damit erreichen verstehe ich nicht. Ja. Wie gesagt die wichsen mit dem Kontrolle. Der Turm kannst du auch runter. Den mach ich zum Schluss. Den mach ich zum Schluss. Erstmal den hier. Au weh. Erstmal den hier. So. Muss ich ein bisschen. Jetzt muss ich ein bisschen. Kannst doch gut Granate werfen. Ja. Aber der muss ich. Ist immer so ein bisschen. Ein bisschen wie viel das heißt. Irgendwo wie sich an. Oh. Gut. So. So Penna du bist dran. Tschüss. Hallo. Komm nie wieder. Bist du nicht mehr bekommen hast. Oh. Das Hausverbot für immer. Hahaha. So. Jetzt kommt der nächste Bastard noch. Der hier. Der hast nämlich zum Schluss dran. Ja. Gehen wir dich da im Wasser. Genau. Bengel. Ja. Ach der will ja auf dem Dach. Ach du Scheiße. Ach jetzt du doch mal durch. Jetzt halt der Reue alter weil der letzte ist. Jetzt halt echt Reue. Das ist ja mal so nee nee. Ja guck. Der ist ja eigentlich schneller. So. Ich muss nicht wieder improvisieren. Tut mir leid. Aui. Dauert jetzt ein bisschen Improvision. Wir haben ja noch Zeit. So. Genau. Und feuerfrei. Warte 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 warte. Komm her Arschloch. Komm her. Na komm. Noch die Fresse. Ja. Gut. Feuer. Feuer. Vollpfosten. Alter. Ach der. Ach der. Ach der. Ach der. Du brauchst nur durch die Jack überlaufen. Ne ey komm ich von unten weg. Sag mal wie dumm ist der denn. Nutzte mal die Chance alter. Ist nämlich die Chance nutzt der seiner Pennerbombe. Hahaha. Der wixiel noch von der ernsthaft. Der wixiel mit dem Kontroller genauso wie die anderen. Ja. Du hast ja einen steifen kick oder was. Ja. Soll ich Pornos ansehen wie normale Menschen oder so. Wow. Und steif machen wir Arschloch ey. Ja hatte mal. Kannst du nicht erwischen. Ich versuch's aber. Und jetzt so. Eine Granate brauche ich nicht. Ist die vor der Granaten? Ne komm mal gleich für Besuchers. So. Wir warten jetzt einfach. Da seid die Sch- Ach hier ist er. Hier hinten gegen. Dann stell ich mir's noch genau gegenüber. Da. Wer nimmt mich selbst mit dem. Ich muss jetzt improvisieren. Mhm. Er muss entgegen improvisieren. So zu sagen. Und. Ja. Kinder Frage zeige ich mal hin. Du Penner ey. Ich hasse den alter. Ich will damit erreichen ey. Geh auf zu wichsen und strategieren mal ey Arschloch ey. Der wichst dein ganz toller oder warte ey. Dann kriegst du ihn steif. Mir doch ey ey. Nein. Meine Herren. Ist das ein Nubel. Okay. Der ist gut. Ja. Der schmeißt zu viel Granaten. Ne. Der schmeißt Granaten dann ist er ein toller wichsen tut. Und er muss sogar noch. Geil. Ach. Geben wir ernst nach oben. Wir gehen ernst nach oben. Wir gehen ernst nach oben. Oder wir improvisieren mal. Genau. Lass uns mal Lappmino gehen und dann. Hey. Wir sind die weiteres. Lass uns mal Lappmino hoch in. Ja. Gut. Ja. Gut. Gut. Oh. Der war dumm. Ja. Das war alles die Lappmina. Das gute ist. Wir haben die Buch wieder aufgebaut. Also. Also. Zumal hat man dabei machen müssen. Jetzt war es ein Zufall. Aber. Der Wunder hat er verloren. Also. Er ist jetzt nach meinem Maßstab. Werden jetzt komplett tot. Weil er innen noch lebt. Ja. Also. Jetzt hat er in der Realität so gesagt. Ja. Also. Ja. Ich würde nicht hoch kommen. Aber er konnte sterben. Wenn wir jetzt nicht nochmal ran gehen. Ja. Das wollen wir nicht. Tut mir leid. Das ist ein bisschen in Länge zieht. Ja. Ja. Ich hätte dann nicht gedacht. Dass ich vier Besuchers habe. Das hätte ich als andere gemacht. Wie soll ihr meinen? Ja. Vier Besuchers. Wie erschösser. Ja. Praktisch. Ja. 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 Das war mal drei auf einmal erledigen können. So. Ich mache mal so. Ich gebe dir meine Chance. Wenn hoher Wind ist, mag ich springen sei. Ja. Weil ich will das auch nicht antun. Ich komme anschaue nie. Hier ist die wahrscheinlich der ein bisschen näher. Bei der PS2 Person war nämlich über eine Windwester. Also. Windstärke 5 mache ich nichts. Oder versuche ich. Vorwürfen Windstärke wessen haben. So. Ja. Das war es wie eine Art Min. Das tut mir leid. Das wusste ich auch nicht. Das ist so effektiv. Effizient ist. So. Dabei stimmen Sie immer so eine Schmeißtechnik. Verteidig Splitter Min sind das. Ne. Das war. Es gibt es in verschiedenen Arten. Es gibt ehmals Splitter Min. Immer Gift. Immer normal und immer wegschmeiß. Und die war bestimmt wegschmeiß. Wegschmeiß effizient. Wie sollt ihr meine? Ja. Rimmel 4 nehmen wir. So. Ehenmals wie im ersten Part ja. Also wie ganz am Anfang. Wo man aber springen musste. Ich weiß jetzt ein bisschen wie das geht. So. Moment. Genau. Das müssen wir so nicht weiter kommen. So. Hannah. Du willst es angeben? Du gehst mal ein bisschen daneben wegen Wind. So. Boom. Und tschüss. Erster Preis. Genau. Eine Tulottette. Ja, das kann man so sagen. Verstanden. Mh. 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 Aui. Ich sag ja nicht so Waffe ey. Wenn er mich musste so sehen. Die Waffe ist ne Muschi. Ja. Das ist ein Controller. Das ist ne. Treff wird zerstört. Ne. Das ist mir ja. Das ist diese Splitter Boom ist einfach ne Wix Vorlage fix. Wix Vorlage für Controller. Leider. Was da drin ist. Na ein bisschen anders. Das sagt der Marie. Einfach von Turm aus. Genau. So. Moment. Ich seh das vor. Wir hätten die heilige Granate. Na das wäre ja nicht. Hätte nichts gebracht. Weil die auf den, weil die auf diesen komischen Dinger nachstehen bist du. So. Pisser. Na. Kleiner. Hier. Wie sprachst du damit du Arschloch ey. Dach ist nicht das scheiße Brot ey. Also Dach hat der schlechte Brot. Da kommst du nicht lang. Ja. Jetzt, jetzt guckst du ja Sternchen. Wo ist jetzt Granate? Oh ey. Nimm ne Granate, dass du mich mal töten kannst ey. Ey. Die haben uns eine Wix Vorlage alter. Das ist Basuka. Ja mach ich dir auch. Jetzt nicht bei Stufe 10. Jetzt soll er mal die Chance nutzen ey. Jetzt hat er die Chance. Nein. Gut. Ey. Alter Bus. Warte mal. Gut. Voll verrückt. Alter der halte Bus würde auch sagen. So gut. Jetzt soll er mal nutzen hier. Jetzt nutzt das mal. Nutz das mal. Nutz das mal. Du bist dran ne. Also nutzt das. Ja. Ey Wix da schon wieder ey. Ah. Ja. Mit seiner Wix Vorlage oder was. 3 Punkte. 14 Punkte oder was. Du brauchst ja endlich im Allem zu töten. Natürlich ist verletzt. Du brauchst ja endlich im Allem zu treffen ey. Endlich mal getroffen oder? Ja. Aber mit seiner Wix Vorlage bringt das nicht viel. Hey der liegt sogar günstig. Moment. Wir müssen erstmal nach oben. Ja. Hey. So. Moment. Jetzt. Also Fails bringen wir ihn nicht auf weißt du. Ja. Aber so unstrategie. Unstrategische. Einsätze von Gegnern. Das mag ich nicht. Wenn ihr mal ne Chance kriegen ja. Der nutzt ihr das jetzt überhaupt nicht. Das finde ich einfach scheiße. Und Panzerfaust. Und Astalle bist dabei. Weil ich finde Fails noch mal lustig weißt du. Manchmal ist ein Fehlschläge lustig. Aber so war das kein Fehlschläge. Das ist ein dumm von DNA. Tschüss. Ach Schloch. So. Jetzt kommen wir mit dir dran. Wir sunken wie die Titanic hast du gelesen. Ja. Wir sunken wie die Titanic hast du gelesen. Das stimmt ja. So jetzt machen wir es nochmal mit deinem Team. Ja. Mach ich aber. Weißt du ja. Ja. Sogar. Ne. 2 Minuten 50 war das Ziel. Ja. So jetzt gehen wir mit dir weiter. Ja. Kurz den Cut. Ja. Ach ne warte mal. So. 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 . so. So. . So. 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 . So. So. . . So. So. jetzt nutz die Chance. nutz die Chance. nutz die Chance. so. 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 Leute. Bis zum. Tschüss.